Verschiebung von Großveranstaltungen. Die Stadtverwaltung und der Kultur- und Sportbetrieb Mittweida haben gemeinsam entschieden, einige Veranstaltungen für den Mai und Juni abzusagen. Das für den 15. bis 17. Mai geplante Street Food Festival findet nicht statt. Des Weiteren wird der Klanglichtzauber 2020 abgesagt. Der Klanglichtzauber mit Johnny Logan wird 2021 am 19. Juni stattfinden. Alle bisher gekauften Tickets für 2020 behalten für 2021 ihre Gültigkeit. Der Ticketverkauf ist derzeit eingestellt. Über die Durchführung des Kinderklangzaubers am Sonntag, dem 14. Juni 2020, wird mit den beteiligten Personen und Institutionen diskutiert und entschieden, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt.